Musik Der Fritt merkt ja lieber hier an Kindern. Alter, wolltest du mich verarschen? Alter, ernsthaft jetzt? Alter, äh... Ja. Ja, du aber lad. Du aber wirklich lad. I gotcha. We're almost through! Get this tractor off of me! Kenny! Help me, please! Nein! Scheiße, vielleicht hättet ihr doch ihm helfen sollen. Oh, Kenny, du Sack, du hättest helfen können! Ja, tut mir leid, was soll ich denn machen? Boah. Man, vielleicht hätt' man auch dem Typen helfen sollen. Scheiße. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Hey there! Äh, ich fasse das mal as Nein auf. Oh Gott. Ja, vor allem das Geilste, vormitten in eine Stadt. Echt. Ah, die haben einen Mehl hier, das gibt's ja nicht. Steffi, einen Mehl haben. Wahnsinn. Also, glück. Ich bin glück. Ich bin glück. Und du kannst die Leute sterben, entweder. Wenn ich sagen, dass die Tür schlüsst, wenn ich die Tür stas, wenn ich überhaupt nichts mache, ich függung meine es. Ich függung meine es. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Worse. Sie könnten sie den Weg zu uns. Weil Sie die Leidenschaft nicht verhäßt. Ich bin glück. Sie würden die da draußen. Dann haben wir die. Dann wir die. Wir haben die Leidenschaft nicht verhäßt. Ich bin glück. Oh, ich muss mal auf die Seite gehen. Oh, ich muss mal auf die Seite gehen. Oh, in einer Minute. Was noch kurz. Was ist die Zeit? Er ist ein Asshole, das für sure. Das ist was es. Well, you don't have to be a bitch about it. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in and we all end up bitten. Shut up. Alter, jetzt kommen wir mal runter. Kenny, stop him. What do we do about this guy? I'm going to let him do this guy. Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle it. We kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out. Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us. And they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. Alter, it's chill the fuck out. He's bitten. That's how you're turned. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting his getting eaten alive. It's Larry, right? Man, this is his son. Look around, dumbass. I got a daughter in here. You got a daughter in here. Get your head out of your ass, boy. We've all got people in here. We can figure this out without killing anybody. There's another way. Yeah, with a shovel. Oh, that's true. Just worry about duck. Lee. Yeah. There's someone in there. It's just locked. Keys behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a chick. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does. The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. I'll die. Chill him all. And then they'll be three. I'll be three. It's a little boy. I think we can handle him. A little boy. He'll be an uncontrollable man eater. Alter! Du Scheiße! Au! Oh! Sag mal, tut der nur so dumm oder stellt der sich Mund mir nur so an? Oh Gott! Oh Gott! Nein! Geh weg! Nein! 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 Seriously? Geht es vielleicht ein bisschen früher das nächste Mal? Danke! Es ist gut, danke! Uh, Leute? Everybody down! Stay quiet! Wow! Oh... Shit! Was zur Hölle? Ich weiß, das ist ein Bücher. Es ist ein Bücher. Es ist nicht wichtig. Wir brauchen Nitroglycerin. Bitte in da. Ich habe einen Augenblick auf meinen Vater. Alle anderen müssen komfortzieren und schauen, was für etwas benötig ist. Wir können hier ein paar Mal sein. Ich denke, dass diese Drogstorin nicht eine Permanente Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht genau Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle aus der Nähe des Mekons. Fast. Agreed. Und ich gehe raus und fahre Gas. Es ist ein Motel nicht zu weit entfernt. Out towards the end of Peach Tree. Ich arbeite mich nach dem Weg nach und dann zurück, siphonend was ich. Okay, das ist... Du kennst dich? Du kennst dich? Bist du? Wenn du das machst, hier ist ein Walkie-Talkie, wenn du in der Zeit hast. Hopefully, du wirst es nicht. Cool. Clementine hat die andere. Check in mit ihr und zurückkommen hier. Und du? Was ist deine Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Du kennst dich einen guten Augenblick auf. Diese Jungs werden dir deine Medizin bekommen. Das ist richtig. Und du? Du kennst dich einen Augenblick auf die fronten Tür. Du bist unser Bezug. Es ist Doug. Du hast es? Und ich bin Carly. Okay Carly. Du wirst mit Doug in mit dem, wenn er es braucht. Für jetzt? Geh etwas Rest. Du bist ein guter Schuss. Und ich würde es so halten. Du hast es, Boss. Jetzt gib ihm diese Permanente. Ja Mädel, wenn man das rumpöbelt und alle Leute runter macht, ist klar, dass keiner verhucht. Das war mir aber von vornherein klar. Okay. Aber. Schauen wir mal. Ah, wieder kommen wir jetzt. Ach, da ist schon einiges. Äh. Wir werden uns hier noch kurz umsehen. Ja. Nee. Samara? Ist er eine Hand... so okay you're a pretty good shot well you don't fuck with a reporter especially one that's three days out from her last cup of coffee argument You seem to handle yourself pretty well Really? I'm a disaster I can't tell My news editor was eaten about five feet away from me And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there I'm sorry She was an asshole, but, you know Yeah That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose He's kinda cute In that parent's basement sort of way Huh? Huh? Oh, nothing How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival Real hard-hitting stuff Sounds worth it What are you messing around with there? A radio I can't get it to work, though Here, let me have a look Um... Umm... Maybe another one? Uh... There are no batteries in this thing. What now? Ich werde erst einmal überfinden lassen. Naja, die Batterien sollten eigentlich schon wissen, was das ist, Mädchen. Äh... Ein Energieriger? Können wir ja Clement da noch befreuen. Kann ich, äh... Get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. So, ähm... Are you okay? What? Uh, yeah, yeah, I'm fine. I just, äh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is... good. Despite the circumstances. Yep. Die kleine sowas will der von mir, der macht mir Angst. Okay. Da. Riegelchen? Äh... Eine Batterie? So, dann brauchen wir noch eine zweite. Da haben wir noch einen Riegel. Wie geht's? Wie geht's? Ich bin nicht sicher, ich habe dein Name. Es ist Lee. Lilly. Mein Vater ist Larry. Ich war nur was, was ich hatte vorher. Jeder war. Er war. Er war nicht. Er war nicht so, dass ich mich eine B***h in front of meine Leute habe. Ich brauche nicht diese B***h, all right? Es ist schwer genug zu sein, wenn man jemanden kümmern kann. Und das Verlust mit meinem Vater mit mir nicht helfen. Das war nicht so. Was denkst du über all das? Was ist das? Die B***h sind? Die B***h sind alle, die Menschen auf der Gäste, und sie zu mehr... 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 Ich habe ein paar Bedeutungen gesehen, dass er nicht überrascht hat und musste nach dem Krankenhaus gehen. Ja, das ist nicht wirklich eine Lösung. Ich versuche ihn einfach zu halten. Er hat eine Temperatur. Ah, du bist! Ja, er hat nicht gesagt. Es ist nur, dass... Ja? Wir haben Kinder hier. Er ist ein Familien. Ich sage nur, dass einige Leute nicht so ein Temperatur wie das. Hell, Belly seems like you can. Es ist nur seine Weg. Nicht er machen ihn der Grund, dass alles verabschiedet ist. Wo ist sie Mutter? Savannah, ich denke. Oh, ihr seid nicht zusammen. Oh, nein, ich bin nicht ihr Vater. Ich fand sie in einer Haus, wenn ich aus Atlanta ausgetauschen habe. Sie hat sich selbst überrascht. Ich denke, die Frau nicht so ein paar Eltern machen. Oh. Oh. Ich habe einen Antworten, Sie waren in Savannah. Sie war mit der Sitter. Es war nicht gut. Well, sie ist Glück, dass Sie haben. Ihr von hier? Ich arbeite bei Warner Robins, der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Nah, es ist Mechanical Admin. Ich arbeite mit ein paar Shitheads und Bureaucrats all day. Sometimes a plane, wenn ich bin. Du? Ich arbeite bei UTA. Was jemand hier, wenn ihr hier seid? Nein, das Haus war ziemlich verletzt. Wir haben ein paar Bösen aus der Office. Ja, ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ja, du kennst jemanden hier? Ja, die Eltern. Wir waren nahe. Ich bin sorry. Wir haben ein älter Bösen in der Office. Dad holt sie aus, in case sie nicht wirklich sterben. Ich bin okay. Okay. Na ja. Aber da ich vom Schreck A erst einmal wieder ein bisschen Pause brauche, ähm. Kann man noch einreden? Ähm. Wir könnten einen Dug geben und einen... Vielleicht ein bisschen Zucker für den Kreislauf. Es ist nicht viel, aber hier. Bist du sicher? Ja. Du bist ziemlich viel Stress. Danke. Das ist, äh, wirklich süß. Nicht nenn es. Okay. Aber ich muss sagen, warte mal, wir werden noch kurz Dug das geben, weil... Ich hoffe so weit, dass er in Ordnung ist. Ich weiß nicht, Herr. Es ist nicht viel, aber hier. Für den Bösen. Oh, danke, Lee. Lee, er erinnert es. Das ist süß, Lee. Ja, okay, wir werden jetzt aber kurz mal wieder Pause einlegen. Ähm. Ich brauche kurz eine Verschnaufpause. Werde euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr jetzt gerne auf der Endcut vorbeischauen. Links wie immer zum letzten Video und rechts zu meinem Kanal. Da bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und dann bin ich jetzt echt gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Weil ich habe gesagt, ich habe keinen Plan mehr und wir werden es dann in der nächsten Folge vermutlich auch in Verhoben sehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.